Wir spielen Fußball, Leute. Kein Ballett. Komm, Körpereinsatz. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Okay, reicht jetzt. Rot, raus. Ich bin hier bei der TSG Hoffenheim mit Kevin Akboguma. Hallo. Alles gut, bei dir. Du hast gerade trainiert. Willst du dich noch ein bisschen warm machen? Ja, bitte. Alles klar. Aber ich brauche einen Ball. Dann baue ich mal die Challenge auf und wir sehen uns gleich wieder. Musik Du bist warm? Ja. Dann lass uns gleich starten. Ganz normale Challenge mit Torwart. Im Tor ist der gute Karol. Ich bin bereit. Einer ist mal der Verteidiger. Andere greift an. Muss ein Tor schießen. Am Verteidiger vorbeigehen. Wird schwer. Weil du verlieren willst. Okay, komm. Auf geht's, Jungs. Ich bin ready. Komm, ich bin ready. Komm, ich bin ready. Ich bin ready. Wir machen das. Ich bin ready. Ich bin ready. Das klingt ganz einfach. Wo ist das Ding der Haufe, Junge? Sag die Mauer! Sag die Mauer! Alter, oh mal jetzt was! Das ist ja noch drin! Das ist ja noch drin! Mann! Hab bisher immer verloren, alles gut. Außerdem kann ich das auch holen. Wenn der Karol mal was hält! Ja, Junge! Ganz stark, Max! Da steht er richtig! Jungs, komm, ich warte! Ich seh gar nichts! Für 500.000 jetzt 1.000! Ja, jetzt! Ja, arroganter! Mach's los! Ja! Na gut, ich kann doch ausgleiten! So ist nichts! Na gut, ich kann doch ausgleiten! Du warst schon der Schienverteidiger? Ja, du weißt doch, ich hab Abstand, ich hab Angst, dich zu verletzen. Mich zu verletzen? Ich spiel Fußball, Leute! Kein Ballett! Komm, Körpereinsatz! Komm, komm, komm! Nein, nein! Hey! Ich? Ganz klar auf Fuß getreten! Ganz, ganz klar! Entschuldigen Sie, aber Abstand halten! Okay, reicht jetzt! Rot, raus! Sofort! Gut so, oder? 1 Meter! War 11er! Aber, guck mal, du hast keinen vor! Was?! Komm, 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 komm! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Der ist es! Ja, gar keine Abwehr! Ja, was soll ich sagen?! Okay, komm! Matchball! Auf geht's! Matchball, komm! Wenn der rein wäre, ich wäre original nach Hause gelaufen! Danke, danke! Und jetzt kommt das Fragen-Geballer! Für einen Tag wärst du gerne mal... Anti-Max! Wie gut schmeckt dir Altbier? Noch nie probiert! Was magst du nicht an dir? Meine Länge! Was wäre dein Künstlername? Meg Agpu! Welches war dein letztes Konzert? Kann ich mich nicht erinnern! Was ist los in Hoffenheim? Superstimmung! Schon mal einen Gegner auf dem Platz ange... Ups? Nein! Kannst du mal was auf Nigerianisch sagen? Wedemagari! Ist sowas wie, wie geht's? Ich versuch's jetzt nicht! Was wärst du geworden, wenn es mit Fußball nicht geklappt hätte? Ich hätte studiert und dann mal sehen! Wen würdest du mal nach einem Chelsea fragen? Anti-Max! Wie gerne wärst du immer noch Stürmer? Nicht mehr! Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen! Was ist die nervigste Reporterfrage? Keine Ahnung, wie geht's ihnen nach dem Spiel oder so? Wenn wir verloren haben, ganz klar, 3-0 irgendwas und so... Wie war das Spiel, wie sehen sie's oder so? So Sachen! Was machst du mit 50? Ich hoffe, ich werde Berater! Danke, dass du Zeit hattest! Ja! Abonniert jetzt noch die Kickbox auf YouTube und auf Instagram und natürlich auch deinen Instagram-Kanal! Kevin.john auf Instagram! Und schreib noch mal in die Kommentare, welche Challenges wir noch mit anderen Spielern machen sollen! Wir sehen uns bestimmt noch mal wieder! Steht 1-1 in Challenges, du hast es noch nicht gegessen hier! Und du hast jetzt noch Training? Kannst du mitkommen! Ja! Ja! Ich bin ganz traurig! Ja! 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 Vielen Dank.